Hi und herzlich willkommen zum 1-Millionen-Klick-Rätsel. Ich bin Magda und das hier ist Rätsel Nummer 16. Letztens habe ich nämlich in einer Zoom-Konferenz von so Mathe-YouTube-Menschen den Mathe-Mo kennengelernt und der macht immer Rätsel und wir haben uns darüber unterhalten und dann hat er eben so ein Rätsel, das eine Million Klicks hatte und ich dachte, wow, das muss super krass sein, das müssen wir hier mit einbauen. Also schauen wir es uns vielleicht einmal kurz an. Und ihr seht, so ganz einfach ist es nicht, aber für uns geübte Logik-Rätseler, die wir jetzt 15 Rätsel gelöst haben, ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, wenn wir uns überlegen, wo wir denn starten müssen. Also versucht es mal, euch logisch zu erschließen, malt die Punkte ab und ihr werdet sehen, das ist sicherlich eins eigentlich der einfacheren Rätsel, die wir hier gehabt haben. Ciao, macht's gut und bis morgen, wenn ihr Lust habt. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017